Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Ankündigungsvideo, wie ich im vorigen Video zu den Jelly Beans schon gesagt habe, kommt noch eins und zwar, muss ich umschalten, zack, wir wollen eine Source Streaming Challenge machen, die werden wir definitiv hier nicht bei mir zu Hause machen, die werden wir bei meiner Mutter im Garten machen, weil das soll abartig stinken, das ist vergorener Fisch, das ist eine schwedische Spezialität oder dänische Spezialität oder norwegische, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf, ihr seht hier oben auch, dass der Deckel ziemlich gewölbt ist, es ist auf gut Deutsch verschimmelter Fisch, also der soll richtig abartig riechen schon beim aufmachen und da ich das natürlich hier auf dem Balkon nicht machen kann, weil das stinkt dann hier alles voll und vielleicht noch in die Bude, da hast du das hier drin, ne, da machen wir das bei meiner Mutter im Garten, meine Freundin wird wieder mit bei sein, die wird mitmachen, also die Challenge ist zwischen mir und meiner Freundin und ja, dann mal gucken, wer zuerst kotzt, würde ich sagen, ich befürchte, dass ich jetzt sein werde, ich werde sie auch aufmachen müssen, hat sie mir auch schon gesagt, den Link zu SoStreaming findet ihr unten auch wieder in der Videobeschreibung, das ist, was ich euch jetzt gerade zeige, ist das, was ich bestellen werde, das ist auch das Original, wann ich diese Challenge mache, weiß ich noch nicht, es wird auf jeden Fall jetzt im März sein, äh Mai sein, dass wir diese Challenge machen, am 13. und 14. rum wollten wir ja die Jelly Beans machen, ähm, ich habe keinen Bock am am Wochenende zwei mal zu kotzen, deswegen wird es danach sein, ich denke mal, ich muss gucken, meine Frau muss gucken, wie sie frei kriegt und wie sie frei hat, äh, dass wir vielleicht am 20. 21. 27. 28. so in dem Dreh machen, ähm, wenn ihr da auf dem Laufenden sein wollt, hier irgendwo ist ein Abonnierbutton, da einfach abonnieren drücken und bei, auf meinem Kanal auch auf dieser Glocke drücken, damit ihr auch Nachrichten zu meinem Kanal bekommt, das hat ja YouTube geändert, und dann seid ihr da auch auf dem Laufenden, äh, ich bin von dieser Challenge nicht so begeistert, Jelly Bean okay, aber die Challenge, äh, was ich da schon an Videos gesehen habe, das hat mir schon so ein bisschen Respekt eingeflößt, und, äh, aber ich werde auch nicht schneiden, wir werden nicht durchziehen, wir werden nicht aufnehmen und da wird nichts weggeschnitten, äh, wenn ich kotze oder wenn meine Frau kotzt, dann werdet ihr das sehen, wie wir uns die Seele aus dem Leib kotzen, da wird nichts gekattet, auch nichts überspitzt oder irgendwas dergleichen, ich bin da sehr, sehr gespannt. So, das soll es auch zu dieser Ankündigung gewesen sein, ich werde jetzt gleich das Video bearbeiten oder machen, äh, zu den Filmen und Serien, die ich diesen Monat geguckt habe, da warten ja schon einige drauf, die Ankündigungsvideos werden natürlich jetzt vorher kommen, die werde ich zuerst bearbeiten, ich bin dann erstmal weg, Ahoi, sagt euer Odin.